Hallo Leute, ich bin die Anna. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Ingolstadt. Wenn du wissen willst, was ich passend zum Motto ausgewählt habe, dann komm doch am 14.3. zum Best Buck und schau mir zu, wie ich Shoppingstar 2015 werde. Maria, das finde ich voll geil. Ich weiß, das ist so schwarz, aber es schaut... Ja, genau. Das Rote finde ich richtig gut. Ja, genau. Aber eher größere oder kleine? Das ist schön. Nimm es jetzt. Wir nehmen es jetzt. Okay, oben. Jetzt nehme ich euch mit, wir fahren nach oben. Oh mein Gott, das ist eine echte Frau. Das Problem ist, ich habe Angst, dass ich da rausfalle. Ich kann schon mit denen laufen. Die Schuhe, die zwei Paaren schwarz und den beige reservieren und die Tasche. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist nicht falsch. Nein, das sind wir wirklich falsch. Ja, 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 ja. Was, ey. Und es ist nicht so lang. Aua. Ich suche nach dem zweiten Mantel. Ich kaufe den auch, ich kaufe den auch. Wie viel haben die Schuhe gekostet? Wie viel haben die Schuhe gekostet? 20 oder 30. Die Schuhe und die Tasche? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwei. Das passt. Da braucht es, also bei den Schuhen, das habe ich keine Gedanken. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Okay, und? Weiter geht's. Donald, das war so cool. Nein, okay, wir haben jetzt schon einen Mantel. Ja, stimmt. Ja, ja. Das Kleid? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist dann zu viel Farb geniebt. Nein. Eier. Hallo, und welche Schuhe? Eier, die Bäschen. Wir würden gerne die Bäschen nehmen und bitte ganz schnell. Danke.